So, jetzt muss ich gerade nochmal gucken. Wir sind, wir haben uns hier unsere Treppe kaputt gehauen, gerade eben. Also ich habe die kaputt gehauen, so gerade eben. Das ist das Sandstein. Sandstein ist perfekt. So, zack. Also wir kommen von da oben runter mit. Wie viele Schritte? Wird schon wieder Nacht. Eins, zwei, drei, vier. Eins, zwei, drei, vier. Eins, zwei, drei. Vier. So, das heißt, wir haben dann hier schön, ja, eins, zwei, drei, vier. Das heißt, wir gehen auf die Ebene erstmal. Oder ich. So, das heißt, wir brauchen gleich mal schön Stein oder sowas. Oder wir verkleiden das hier unten mit Holz. Da haben wir jetzt mittlerweile auch ein bisschen was. Jedenfalls vier ist schon mal gut. Allerdings, äh, nee. Mist. Stopp. Egal. Egal. Erstmal schlafen, dann planen. Heul wird Nacht. So. Na. Nacht. Ähm. Steine. Wenn wir da rein. Holz und Bäume haben wir nicht. Wir hätten aber noch Steine. Die können wir mal alle dazu packen. So, was ist alles? Das waren die Steine so direkt. So. Liegen hier Eier. Es liegt ein Ei da. Wir haben zwei große Hühner. Wunderbar. Zwei große heißt, wir haben gleich auch ein kleines. Aber erstmal schlafen und einen Schluck trinken. So. 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 Einmal da. Einmal da. Einmal da. Einmal da. Na komm, du bist Obert. Du kannst dich zwar da nicht paaren, aber ist egal. So. Ja, keiner hungern hier. So. Dann haben wir jetzt schon mal drei Stück da. Und ein Ei hatten wir auch. Vielleicht haben wir Glück. Ja. Wir haben sogar Glück. Und schon haben wir vier Hühner. Das ist doch fein. So. Und was ich jetzt... Entschuldigung. Ich war gerade etwas laut. Was ich jetzt eben hier gesagt haben wollte. Das ist jetzt blöd. Ist folgendes. Hier muss noch eine Treppe runter. So. Dann müssen wir das aber Ganze auch noch auffüllen. Das ist mir eigentlich irgendwo ein bisschen... Und hier haben wir das weggejagt. Hm. Überlegung. Der Raum unten ist relativ groß schon. Das heißt, den möchte ich auch ganz gerne nutzen. Treppe ist hier so gerade aber blöde gemacht. Das heißt... Ja, was heißt das denn? Das heißt, ich mache hier eine neue Treppe. Eine breitere Treppe. Zwei oder drei breit. Bin ich gerade am überlegen. Das machen wir jetzt erstmal hier weg. So. Ähm... Und zwar aus dem einfachen Grunde... Hier eine schöne, saubere Treppe hin. Die dann hier wirklich auch vernünftig runter geht, breit ist und auch aus Treppen besteht. Ich glaube nämlich... Ja doch. Sandsteintreppen könnte man auch machen. Wo haben wir überhaupt unseren Sand nochmal? Sand. So. Da haben wir nämlich schon mal Sandsteinstufen. Sand. Sandstein. Und dann machen wir... Treppe glaube ich hier drei breit. Ja. Dann machen wir jetzt hier erstmal... Damit es dann auch schöner aussieht und man ein bisschen Platz da oben hat. Und... Ich mache mal jetzt hier eins, zwei, drei, vier, eins. Bisschen. Ja. Sandstein hin. Und eins, zwei. Ich glaube ich habe sonst immer nur zwei oder drei Stufen. Zwei. Und dort habe ich auch nur zwei Stufen gemacht. Ähm... Für einen... Hm. Sound kann man da glaube ich eh nicht draufsetzen. Wenn dann müsste man... Haaa... Hmhmhm. Nein, wir machen zwei Stufen. Zwei ist okay. Zwei ist okay. Jetzt muss ich nur mal gucken, wie weit war das? Ich glaube vier Felder immer, ne? Heißt Award. Ja, toll. Toll. Toll, 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 toll. Werkzeuge waren hier unten, glaube ich. Ja. So. So. So, nun kann man doch noch eine. Hatten wir nicht noch mehr Sand? Uah. Wenn ich jetzt uns hier reingefallen habe. Waschbleite. So, Sand haben wir. Gut. Denn wir brauchen mehr Sandsteine. Definitiv. Deswegen meinte ich eben, ich werde die... ...Wüste hier nicht unbedingt direkt abhaumen wollen. Aber wir werden auf Dauer irgendwo noch Sand herholen müssen. Denn Sandstein ist immer sehr, hm, wie soll man sagen, teuer. Und dementsprechend brauchen wir auch einiges, wenn wir hier das Ganze... Da ist ein Ei gefallen. Ei, 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 ei. 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 Na, jetzt hier, ne. Also, so fangen wir nicht an. Komm mal her. Komm mal her. Komm mal her, Friedolin. Komm mal her, Friedolin. Komm hier. So. Sehen Sie. So schnell geht das. Dann ist das Vieh wieder da drin. Und jetzt schmeißen wir nochmal... ...Eierchen. Nein, kein Glück gehabt. Ist aber nicht so schlimm. Wir hatten ja eben schon mal ein bisschen Glück. So. Kommt das hin? Testen. So. Jetzt muss man nur aufpassen, weil gleich irgendwo kommt ja die andere Seite dann da, wo wir die Treppe schon quasi hatten. Das scheint aber hinzukommen. Also, 1, 2, 3, 4, passt. So, irgendwo, genau. Muss jetzt aber noch die Stelle kommen. Und dann müssen wir hier auf jeden Fall mit Sandstein dann auffüllen, die Decke erstmal. Ich glaube, da machen wir hier generell so von hier an. Die ganze Region, wo die Treppe hinkommt, hier mal Sandstein oben. So. Hebt sich dann zwar von unserem restlichen Sand ein bisschen ab, aber das ist, finde ich, jetzt nicht ganz so tragisch. Ich hoffe, ihr könnt auch damit leben. Das ist echt wenig Sandstein, was man so da rauskriegt. Schade, schade. Teuer, teuer. Aber da haben wir ja auch noch Sandstein. Den können wir direkt mal hier wieder mitnehmen. Das ist zumindest ein Vorteil, dass man den gebauten Sandstein immer mal wieder umformen kann. Also, was heißt umformen? Dass man den halt abbauen kann wieder. Da geht er uns schon wieder raus. 3, 3, 3, 3, 3. So. Dann haben wir hier unsere Decke schon mal, die hält. Wunderbar. So, jetzt haben wir allerdings nur noch zwei Stufen und kaum noch Sandstein. Aber wir können hier das Ganze schon mal abbuddeln. Und theopraktisch könnten wir sogar noch mehr hier abbuddeln. Aber ich mache jetzt erstmal nur die Region, die wir brauchen. So. Jetzt komme ich natürlich gerade schon wieder nicht hoch. War sehr intelligent. Ich habe auch kein Holz dabei. Dann müssen wir einmal... So. Wollte ich gerade schon sagen. So. Wir brauchen auf jeden Fall noch ein paar Stufen. Ai. Dafür brauche ich ja Sandstein. Boah. Dann ist so eine Sandsteinstufe ganz schön, ganz schön, ganz schön. Mein lieber Scholli. 5, 6. Dann braucht man für vier Stufen 24 Sand. Das heißt, eine Stufe kostet 6 Sand. Nicht gerade wenig, wenn man mich fragt. Aber man fragt mich wahrscheinlich gerade auch nicht. Licht könnten wir hier mal ranbringen. Noch mal ein Stiefchen. Achso, die müssen wir erstmal hier runterklopfen wieder. So. Uff. So, da geht es schon wieder runter. Okay. Okay. Okay, 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 okay. Okay. So. Da muss ich nochmal gucken, wo geht es dann da hier unten. Können wir im Prinzip noch ein bisschen rüber, glaube ich. Ja, das dürfte kein Problem geben. Was wir allerdings brauchen, ist hier Sandsteinmeer. Ohne, dass uns am besten die ganze Decke runterkommt. Wie hier. Verdammt. Ah, da muss ich auf jeden Fall irgendwie mal wieder auffüllen oben dann. Mist, Mist, Mist. Das ist aber normaler Sand, oder? Jo. Egal, einpacken. Kann man brauchen. So. Wenn wir so halt nicht hier am Sandstein kommen, dann holen wir uns halt den Sand hier weg. Den können wir auch abbauen. So. Da scheint doppelt Sandstein zu sein. Können wir uns also mal mitnehmen. Da war es nicht. Da auch nicht. Müssen wir also nachher oben mal gucken, was ich da jetzt angerichtet habe. Gut, gut. So. Aber ich glaube, es wird auch gleich Nacht. Und dann werde ich auch mal einen kleinen Stopp einlegen für heute. Und das Ganze erstmal wieder, weil ich momentan sehr viel aufholen muss noch. Ich habe ja nicht nur hier das Projekt, sondern ich spiele hier auch wie gesagt noch mit Tom zusammen. Äh, ich bin doch im Deppich echt. Ich habe da noch keine Stufen mitgemacht hier. So. Weil es ist auch schon wieder Nacht gerade. Habt ihr noch Eier hier rumliegen? Nein, habt ihr nicht. So, dann sage ich mal bis zur nächsten Runde Minecraft. Die wird mit Sicherheit nicht allzu lange dauern. Aber ich muss halt jetzt erstmal noch die anderen Projekte ein bisschen weiter voranbringen. Und dann sehen wir uns demnächst wieder. Ich gehe jetzt ins Bettchen hier. Und dann bis zur nächsten Folge. Tschüss. Tschüss.